Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Trouble in Terroristown. Heute mit dem Flory, dem Reaper, dem Freak, dem Ingeid, moin moin, und dem Saberbot, und mir dem Raid, hallo Raid, hallo, zu langsam, wer auch immer die Digga haben wollte, danke. Fick dich doch, das kann ich nicht noch aufnehmen. Ich spiel mit der Luft, nein, ich bin verpackt. Nein, dann liegt deine Hand. Kann mir mal jemand eine Waffe zuwerfen, dann kann ich mich wenigstens irgendwie ein bisschen verteidigen. Du doch mal dein Magnetostick rauspacken. Ich bin am Arsch der Welt, irgendwo festgehalten. Ja, wo der in am Arsch der Welt, es gibt vier Ritungen vom Arsch der Welt. RIPA! Kannst gar nicht so genau sagen. RIPA! Er ist tot. Beendet einfach schnell die Runde, ja. Geil! Schön, schön Flory, schön. Scheiße. Ich winke mit dem Lightsaber. Kannst du dich mal deine Umgebung beschreiben, vielleicht? Dein nicht. Ah, ich seh dich. Hier steht auch ein Baum. Ich hab ne Disco, muss ich nur gucken. Ach, da oben. Nee, da kommst du nicht mehr weg. Kann ich da irgendwie rein? Äh, Ingrid, genau da hing ich doch auch, oder? Ja. Mal gucken. Was geht jetzt denn super los? Bist du Traitor, Raid? Was? Bist du Traitor? Nö. Das wär echt ein abendsiges Leben für einen Traitor, muss man echt sagen, ne? Ja. Sonst müssen wir die Runde absetzen. Also wenn da oben einer festdacken sollte und Traitor ist, dann einfach mal Bescheid sagen, dann werden wir ihn erlösen. Ihr könnt mich jetzt auch gerne als Innocent erlösen, dann kann ich wenigstens spektaten. Ne, ich komm jetzt mal hoch, ich versuch mal, dass wir beide uns vielleicht mit einem Magnetostick irgendwie abstoßen können. Mhm. Also nicht, dass du so schon abstoßend genug bist, ne? Äh, 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 äh. Oh, 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 oh. Achja. So, CyberBot? Ja. Lebst noch, ne? Ja. Ich guck mir grad nach einer besseren Waffe, weil, ne, geil, ich mach dir einfach nicht die Waffe. Ich schon. Äh, Raid, ich muss jetzt so langsam ... Ja, ich mein, sie ist ja nicht schlecht, aber ich bin kein Fan von der Waffe. Bei dir sein? Was? Bist du hier irgendwo? Siehst du mich? Ne, ne? Ich glaube ich bin in der Wand. Ja, aber mehr nach außen hin, ne? Ich kann hier mal so ein bisschen... Warte mal, ich kann hier drinnen mal ne Disco. Pass auf. Vielleicht bringt das was, wenn die da in der Ecke liegt. Ich wünsche dir Glück. Bist du gerade alle bei Raid? Nicht wirklich, nein. Ja gut, dann... Wo seid ihr jetzt ganz genau, Alter? Das kann ja nicht wahr sein. Findest du uns nicht zum Killen? Nein, aber ich such ihn schon die ganze Zeit. Ich vogel mich nicht. Beine gebrochen, aber dolle. Ach da! Kann mir nicht mal irgendjemand ne Instant-Devue oder so hinspeißen, damit ich selbst was begehen kann? Du, ey, das wäre natürlich nicht. Ich hab neineres Mawg! Na gut, wenn du inger hat mich jetzt killt, dann sieht das ja Raid. Also von daher... Oh, schade. Hey, 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 hey... Nö. Das Karma, den Rest steck ich mir nicht ein. Ich hab nur 74, jetzt kill mich! Ray, bitte in die Konsole gehen. Ohne Slash. Wo, wo, wo finde ich? Achso. F10. Ah, F10, okay. Und? Ohhhh. Ohhhh. Ja, wir wissen, dass er inno war, sonst wäre das Spiel jetzt vorbei. Und dem Cyrex. Dann kann ja auch noch Cyborg oder Traitor sein. Ja, Cyrex. Ach, die Ansagen kam schon. Ja, die war schon lang. Hoppala, hoppala. Jo, hallo. Ja, du musst jetzt auch noch sagen. Ja, alle laufen hier unten. Ja, wir nehmen seit vier Minuten auf, Cyrex. Schon vier Minuten? Ach, das geht doch noch. Ingrid hat anscheinend Angst von mir, weil er läuft durchgehend im Kreis um den Baum rum. Ja, weil ich glaube, du bist der Traitor. Ich glaube, Ingrid macht einen Regentanz um den Baum. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Nee, weil ich glaube, wir sind nur noch zu dritt, oder? Ja, ich bin weggegangen von euch, weil einer von euch beiden ist es. Das ist mir zu risky. Richtig. Nee, weil sonst hätte ich ja locker hier, äh, Dings Raid killen können, wenn ich... Ja, schieß auf mich. Sorry, sorry, sorry. Stop, 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 stop. Sorry. Maus. Sorry. Na ja, aber... Das ist mir ein bisschen unsicher da mit einer Laptop beim TTT. Wo ist ein Cyberbot? Der ist jetzt hier bei den komische Bogen da. Warum? Ja, wie gesagt, einer von euch beiden ist es und äh, macht das mal unter euch aus. Ah, danke. Ja, er passt dann doch. Warum hast du mich nicht wieder mit dem Cyber? Weil ich da den Leiche nicht gefunden hab! Ich lag bei dem scheiß Tod da! Da waren wir beide nebeneinander und Florie hat mich überlaufen geknallt. Warum bist du echt gestorben überhaupt mal? Ja, ich hab doch nicht meine Ahnung, warum Florie den scheiß Schuss überlebt hat. Warum warst du gleich am Anfang tot, ist die Frage. Weil Florie mich gekillt hat. Warum hat Florie dich gekillt? Weil ich Florie killen wollte! Ja, der hat ja gehofft, dass alle bei Raid sind, dann kenn ich die G-Hut sind und dann werden wir tot. Nein! Sirebot, dein Deagle-Schuss, ne? Das war nicht zufällig ein Headshot, der daneben gegangen ist. Ja, ich kenn er. Nein. Das war wirklich mit dem Mosket. Okay. Hätt' ja sein können. Hey, es steht unten jedes Mal Sys-Server ist running mit Dual-X-Admin-Mods und so weiter, aber funktioniert nicht. Ich krieg' das Ding nicht geladen, ne? Ja, ich kann mein Zuschauer weiter noch nicht zeigen, den neuen Traitor. Aber Maker ist noch gemutet total. Dann kannst du's ja jetzt tun. Ja, der hat mir geschrieben über Steam, dass er noch 10 Minuten aufgehast. Oh nöööööööö, Leute! Hängst du da wieder? Nein, ich bin Deete. Geh mir eine Nighthawk, Raid! Nein! Geh mir eine Nighthawk, Raid! Geh mir eine Nighthawk, du kriegst es, sort of. Äh, Raid, Raid, ja, unterstützt doch direkt die Innocence bevor du stirbst. Geh mir eine Nighthawk, Raid. Okay, Sekunde, 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 kriegste, 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 Nighthawk, Nighthawk, Nighthawk. Let's go, Raid! Achtung! Ja, ja, ich geh schon. Alle Waffen waren damit wegen, ernsthaft jetzt? Flori ist alleine unterwegs und sagt nix. Also Flori hab ich schon mal im Verdacht. Das hat die ganze Zeit noch nix. Verdammt. Leute, ich darf ja mit der Golden Diegel, ich werde das nicht zu sehr ausflippen. Mit der Golden Diegel darf ich ja schießen, ne? Nein, komm mal her. Flori? Was? Golden Diegel, der Tester, Traitor Test. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Sie ist ja will nicht, Flori ist, Flori ist Traitor. Flori, soll ich den Appen sind die Rassen halten? Flori, wenn du Innocent bist brauchst, hast du keine Angst, das war klar. Nein, 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 nein. Hat der tatsächlich noch wen mitgenommen? Alter, ihr habt 16 HP! Wir haben aber noch 21. Dete ist tot. Dete ist tot, verdammt, wir haben gar nicht... Der Dete ist runtergeflogen. Und nur noch Rebound Cyberbot, einer von euch beiden ist es. Die Stimme aus dem Jenseits sagt, dass Maker der zweite Traitor ist. Ne, er war's nicht. Ich hab geguckt, wer du genauer ist. Die Stimme aus dem Jenseits sagt, dass Maker der zweite Traitor ist und das ist AFK. Achso, wo steht er denn? Na, ich hab ihn gerade gefunden. Am Spawn einfach. Okay. Cyberbot leg ihn einfach rum. Dein armes Karma. Ja, gut, an den hab ich jetzt nicht gedacht. Ey, sein Karma ist unangekratzt. Das wäre eine größere Reaktion gewesen, ne? Sein Karma ist unangekratzt. Ja, weil es ändert sich nach der Runde. Achso. Miesig Yadbomb. Miesig Yadbomb. Miesig Yadbomb. Den hab ich denn alles erwischt? Mich auf jeden Fall. Mich. Nur in Dete, glaub ich, oder? Ah ja, Dete und Ingyalt. Ich hab full life. Warum bist du bestauben, Reaper? Ingyalt war ja mit der Märtyper, ne? Durch Cyberbot. Ich hätt abdrücken sollen, ey. Ich hätt abdrücken sollen. Das hast du mal getan, ne? Das nächste Mal drück ich ab. Ey, was? Einer ist ja durch die Märtyrer gestorben, ne? Mag sein. Also ich bin runtergeflogen durch die Jihad. Funktioniert überhaupt die Kombination Jihad und Märtyrer? Ja, selbstverständlich. Warum sollte sie nicht funktionieren? Weil du zweimal in die Luft fliegst. Aber es wär eigentlich unsinnig. Du explodierst ja einmal mit ner Bombe und danach mit ner Granate. Aber es wär da trotzdem eigentlich unsinnig, weil die meisten von der Jihadbombe sowieso weggebombt werden. Die drum herum stehen. Cyberbot zum Beispiel nicht. Ja, ich hatte noch 16 HP aber. Ja, und er war ja auch nicht in deiner Nähe dann. Doch, er war in meiner Nähe. Ich wär aber nicht so weit. Ja, dann wär er aber Jihad gestorben. Dann wär er Jihad gestorben. Und die Märtyrer hätte ihn nicht angekratzt. Ja, aber er hätte mich durchsuchen können. Gleich. Ich wär ich nicht überrascht nie Leute. Hab ich keinen Bock drauf meistens. Hallo Weeper. Äh, ich geb dir nen Tipp. Mach nicht die Überraschung. Da stirbst du bei. Hä? Wer ist jetzt Traitor gewesen? Hier ist doch dieser Poison. Wow, ich war da angesnipet. Ich war Traitor und äh. Äh, Reeper. Ne, Flori. Flori, du hast doch gesehen, dass ich nicht geschossen hab mit der Sniper, oder? Freak. Was denn? Hast du gesehen, oder? Hast du mich gerade angesnipet? Ich hab volle Munition, wirklich. Ja, du hättest es gehört. Ich hättest es gehört. Bei mir hätte... Ich hab auch keinen Schuss gehört. Das muss eine Silence gewesen sein. Ja, Raid hat keine Silence. Sonst hätt ich es auch behörden. Und da... Da ist Reeper gestorben. Ich komm hier nicht runter, weil da irgendwo... Ja, toll! 20 HP! Von der Shotgun. Also irgendjemand ist in dem Gebäude. In welchem? Dort wo Reaper ist, wo ich ihn gerade durchsucht habe. Wo ist der? In welchem Gebäude? Was? Sehr gut. Freak, du musst das einfach sein. Ich hab ne Rifle, Alter, das hört man doch. Ich hab wirklich nicht geschossen. Alles gut. Na dann suche, wenn du ne Rifle... Da! Raid ist da oben. Nebeneinander. Ja, aber ich hab auch ne... Ich hab auch ne Rifle. Und Flori hat gesehen, dass ich nicht geschossen hab. Lebt der überhaupt noch? Ich leb noch, ja. Okay. Nur... Ja, der Reapers ist tot. Flori? Äh, mobil? Storyабот Ihr eben... Ich hab ein Fil CSS gehört. Ich hab GNIA gehört. Ich bin wirklich rein, ich will nicht, weil sie gemacht, wie ich mir hätte mal IP HP haben. Ja, ist doch gut. Oder Versuchung gerade. Ja. typisch aus shopacoacoacoacoast. Ja, typisch aufsumward 근데 drauf. Weil ich hab denn silent stud gehört. Ja und ich hab's gesehen, weil so mein Fresse ist. Oder cyber Crush oder beide? Ich hab ne Galil, alter. ALA! Du musst aber trotzdem ne Silenced haben. ALA! Ne Galil, alter. Ich hab nur 20 HP, wie soll ich selber nur 20 HP haben, wenn ich nur Silenced hab? ALA! Das ist daran die Logik, du kannst die Silenced jederzeit kaufen. Ja, aber ich hab 20 HP. Warum soll ich ne Silenced haben und dann ne Silenced kaufen? Kann doch ne Insti gewesen sein, Storz gewesen sein. Hm? Ich glaub, Cyberbot ist es. Ist nur so ein Verdacht, aber ich bin mal zu fast 75% sicher, dass es Cyberbot ist. Und Inky halt. Nein! Runter gefallen oder was? Hab ich gedacht. Aber ich bin nur einen Block runter gefallen. Ein Minecraft Block. Aber eben ist doch grad wer gestorben durch Fallschaden. Ja, aber nicht ich. Ich weiß es nicht, ich such ihn grad. Oh, die merken. Nein. Hier liegt Blut. Wer lebt denn jetzt noch? Ich leb noch. Ich auch. Check. Ich bin Zuschauer. Dann tipp ich irgendwie, tut mir leid aber auf den Inky halt. Da liegt es jemand, der wahrscheinlich vorhin runter gefallen ist oder? Cyberbot ist glaube ich, ne? Der sagt nix, ne? Dann wird Cyberbot gewesen sein. Ey, der liegt hier aus. Der ist runter gefallen wahrscheinlich, ja. Der ist runter gefallen. Ja. Ist die Zeit des Traitors, ne? Und der ist jetzt nicht so, wie die abläuft. Ich glaube Freak und Inky als uns. Und das war ein Headpad Launcher. Wo ist denn der gelandet? Ja, bei mir. Achso. Aha. Ja, einer von euch muss es sein. Ja. Ja. Ja, ich war jetzt hier grad bei ihm. Warum sollte ich mich selber in Gefahr bringen? Ah, wir haben noch keinen zweiten Traitor gefunden und den Florisot. Der ist jetzt... Oh, der schießt auf mich. Nummer eins. Freak, wir können uns gerne unterhalten, ne? Ich weiß, dass du der letzte bist. Jaja, aber wo bist du, verdammt? Das sag ich dir nicht. Du hast die beiden beobachtet. Nein, hab ich nicht. Na klar! Nein. Ein bisschen Zeit habe ich noch, aber... Kann es sein? Moment. Das ist jetzt eine reine Hypothese. Ich glaube, ich weiß, wo du bist. Nein, weißt du nicht. Möchte ich nicht laufen? Bist du denn? Das darf ich nicht verraten. Oh, jetzt weiß ich nicht, von wo du den gekillt hast. Ich weiß nicht, wo du dich aufhältst. Ich weiß es ja selber nicht. Doch weiß ich. Ha! Hm. Nein! Boah! Alter! Das Ding ist... Wo bist du? Ich glaube... Wir sind ziemlich nah beieinander auf jeden Fall. Das möchte ich gar nicht so genau wissen. Ich höre dich ab und zu. Ich hab dich auch gehört. Loll! Ich höre dich? Ja, ich höre dich auch. Oh, da hast du gerade nachgeladen. Nein, hab ich nicht. Gehst du auf Nummer sicher, ja? Nein, ich hab nicht nachgeladen. Ich hab einen Nachladesound gehört. Oh, ich hab nicht nachgeladen. Mann! Runter gefallen oder was? Nein! Machst du gleiches Recht für alle, ja? Ja. Ja. Nein! Na los jetzt! Ja, komm schon! Komm mal Henne. Los, dann auch zu crouchen. Ja, ich weiß doch nicht wo er ist. Ich auch nicht wo... Nein! Ja, komm schon! Ja! Oh Mann. Nein! Nein! Wo war er denn? Wo war er denn? Oh Arsch, ey! Das ist mein nächstes Mal! Er war unter dir. Er war unter dir. Freak, du kriegst bei mir auch noch mal was, ne? Warum hast du mich erschossen? Ich hab doch hier nichts gemacht. Wo warst du? Freak, wo warst du? Über dir! Ich war oben im Baumhaus! Oh, nö! Von da aus hab ich ja Flory gekillt! Ich hab den so geil erwischt, Mann! Aber wer hat Inga gekillt? Und ich hab Inga gekillt! Von dort! Ach so! Es war eigentlich von der Logik war es ja recht praktisch, weil er stand direkt daneben und... Naja, das war schon ganz gut von Raid. Nur, dass wir beide im selben Haus waren, war ein bisschen unpraktisch. Ja! Und dann, ey, dann fall ich da runter, ey! Das ist ja wie er... Mit Cyber war auch geil! Ich hab einfach immer wieder zur Rifle gewechselt. Nein, guck, ich hab ne Rifle! Ich hab's nicht mal gesehen, ich hab ne Gaill, Alter! Wie soll ich das sehen? Ne, ich hab ja dann damit geschossen, dann hättest du's ja auch noch hören können. Aber war ne schöne Runde! Oh geil, ne Jutsch! Oh geil! Ich bin Dete! Ich bin Inno! You are an innocent Terrorist! Ich glaub... Ich glaub... Ich glaub Cyberbot ist es. Der tut lieber, als wenn er Dete wär. Ja! Ich bin Inno! Ja! Kann man keine aufmachen! Ich geb dir gleich nen Headshot, Junge! Ich kann ihn nicht drunterschlagen! Ich drücke Shift H, aber ich kann ihn nicht drunterschlagen! Ich muss auch Shift G drücken, Junge! Drei... Zwei... Eins... Inzie! Nein! Wow! Gut Flori, gut! Voll reingelaufen! Aber genau in die Explosion reingelaufen! Schön! Ja, ich hab 27 HP Abzug bekommen! Aber ey, die war angekündigt! Naja, ich weiß, aber ich wusste nicht, wo du warst! Plasma? Die war nicht angekündigt! Traitor! Direkt, beeil dich! Wow! Okay, da ist wer tot! Hier, 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 hier! Freak! Ich hab nur das Haut auf, hier! Nee, das war nicht Freak! Das war nicht Freak! Ich hab nur das Haut auf! Ich weiß es nicht! Er ist nicht gut dabei! Ich bin in der Deteil, wo ist denn dir was zu machen? Irgendwer schießt gerade auf uns! Wow! Freak bist du runterge... Down, down, auf mein Turm! Down, auf mein Turm! Leute, aufm weißen Turm! Das ist nur ne Glock, ihr Nasen! Ja, nur ne Glock! Komm ich denn nicht durch? Wo seid ihr denn jetzt hin? Wenn Cyberwot dein Spray das übertreibt! Was? Das geht über meins drüber! Egal ob ich neulich Spray... Das hab ich ja mit Absicht so gemacht! Warte, jetzt kommt meins! Das kann nämlich Cyberwot ziemlich übersprühen! Ich war's nicht! Ich hab ne Sword auf! Ich war's auch nicht! Ich hab ne Farm auf! Ich bin Detektor! Ich lass nicht sein! Ist euch mal aufgefallen, dass Reaper die ganze Zeit nicht hier ist? Ja! Ich bin auch die ganze Zeit in eurer Nähe! Und der ist... Der ist ruhig! Der ist ruhig! Reing runter! Ja, deine Theorie von wegen, ich bin ruhig, dann bin ich Traitor, hat sich eh schon erledigt! Die hab ich schon mittlerweile aus! Headclips! 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 Ich glaub FPS Drops! Ich schieß mich selber an! Ich schieß mich selber an! Was sagst du? Was sagst du? Ist das? Weil ein Headclips geflogen kam? Detektiv! Detektiv! Ich mach dir nen Vorschlag! Kauf die Golden Eagle und erschieß mich! Genau! Kann's mit mir auch machen! Gerne! Gar kein Problem! Das ist ein guter Vorschlag! Weil vor allen Dingen... Nur mein Headclips fliegt, muss ich nicht sein! Ja, ich mach die Headclips alle! Achso! Reaper wird's glaub ich wieder auf mich schieben! Ich... Ich wär das Gefühl nicht los, dass Reaper ist! Ja, das sag ich ja! Runter geschossen hat vorhin... Aber ich will jetzt auch nicht anschießen! Unbegründet! Sind alle Headclips tot? Die mich an zu verstecken! Ich hab so das Gefühl, es sind... Nix für ungut! Ist es nur ein Gefühl! Äh, wo ist Cyrax? Reaper und Flori hab ich irgendwie im Gefühl! Ich weiß nicht wieso! Ich muss den Weg auf dem Dach zu finden! Ich würd Cyrax und Reaper vermuten! Alter! Dieter! Ich hab ne... Was? Ich steh mir doch nicht im Weg rum! Alter! Könnt ihr euch das für den Doderlagen? Ne AR! Ne AR! Ich wurde, glaub ich, von ner AR vorhin getroffen! Ja, und der war auch neben dir! Ich hab viel was kann, weil du bei mir langläufst! Ne, ist klar! Ich hab tolle Munition! Ich bin immer noch auf der Suchen an der Deedle! Man kann neue Munition aufheben! Ja, ich suche auch schon die ganze Zeit da einer! Ja, hier oben auch nicht! Ich wurde von ner AR auf jeden Fall, glaub ich, getroffen! Das war ne Glocke! Das war ne Glocke! Das war meine Glocke! Und endlich meine Diegel! Ist da jemand runtergefallen? Ich hab hier ne... Oh, ich hab ne Diegel! Was ist der Dete? Ich hab hier in... Diegel! In dem Baumhaus ist einer mit der Silent Sniper! Da ist er noch runtergefallen? Diegel! Ne! Oh! Da kam grad nen Schuss! Cyberbot hier in dem Haus ist einer mit der Silent Sniper! Seirex ist es, ne! Ne! Verdammt! So nicht! Ist er tot? Ja er ist tot! Ich hab ein... Verdammten! HP! Ah... Ver... Einen... Ich hab... Einzigen! Ich hab Call Detective! Ich hab sie voll. wasser er soll haben wenn ich empfehle man kann kommen her vielleicht hat er ja noch ein kredit wir waren versuchen ja einfach drücken und ich habe die sein jetzt einfach von ihm ja als rücker mann credit in the body ja wunderbar und jetzt holt ihr schon über zwei ja er ist richtig ja NAAAHHH NAAAHHH Also irgendwie bringen wir das an, wenn das nicht funktionieren hat. Gut. Geh, Spaß mit dir. Ja jetzt geht's noch. Scheiße! Ey, wie du mich da um... Ich war kurz davor zu schießen, Flory, weil... Alter Cyrex... Beide waren im Ausland, haben ihn gekillt, wie du was ja letztens noch gewählt hast. Und in dem Moment schießt er auf mich. In dem Moment schießt er auf mich. Obwohl ich eigentlich sicher war, dass du es warst. Das ist aber auch besser. Ich werde auch gut fahren. Du hast geredet, als du noch tot warst. Du hast Mause tot, hast geredet. Ich hab nur UF gesagt, ich hab nicht geredet. Doch, du hast geredet. Was hab ich denn gesagt? UF ist ja doch okay, ey. Was hab ich denn bitte gesagt, Flory? UF ist mein Wort in Schwedisch. Boah, das ist doch... und dann... Was hab ich gesagt? Ah, super. UF in Schwedisch, UF. UF. Ja, ich hab UF gesagt, aber das hätte jeder sein können. Ey, in meiner Aufnahme, wenn ihr es seht, dann wisst ihr, was er gelabert hat. Das hat mich gerade ein bisschen aufgeregt. Verdammt! Ich habe gar nichts mehr gelabert, als ich tot war. Naja, da würde ich nochmal nachgucken, auf in der Aufnahme. Ja, Flory! Vielleicht hab ich es selber nicht gescheckt, aber ich hab höchstens irgendeiner Scheiße. Flory, ist ja auch ganz egal, weil du warst eh KOS, weil Reaper hat einen Traitor gekillt, und Cyberpunk war Dete, und du warst der Letzte. Ja, aber du... Nee, Raid war... Ihr habt ja nicht gewusst, dass Raid tot ist. Ja, du hast auf mich geschockt... Scheiße, höchstens auch gesagt, aber das war's auch. Ja, Alter, warst du Mause tot. Das ist nur ein Spiel, ist auch eh klar. Hat jemand die Gleit? Ja, eben. Ich bin Dete. Bei mir läuft ein Timer her. Trotzdem war er Mause tot. Ich hab halt mit den letzten... Ich hab halt mit den letzten Timen, die ich noch hatte mit den letzten... Ich hab halt mit den... Hohe! Mann, zeitgleiche, Alter! Danke. So. Ich mein, der Post ist das Mikrofon zu Tode. Ja, das stimmt allerdings. Haha, das stimmt allerdings. Haha, das geht so, ne? Haha, das stimmt. Haha, das stimmt. Also langsam wird's langweilig als innocent. Das sag ich dir. Oh, RIPA is near death. RIPA ist sehr low life. Oh, RIPA ist das, der hat grad jemand getötet. RIPA is near death. Von wo? Er ist in der Hütte in einem weißen Gebäude. In der Hütte. In der Hütte. Ich hab den. Ich hab den. Ne, ich hab den. Ich glaub, ich weiß, wo er ist. Er ist auf dem Dach. Der Dete? Er hat sich... Nene, ey! 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 Der Dete hat sich als Dete getarnt. Er hat sich als Dete getarnt. Er hat sich als Dete getarnt. Warum komm ich hier nicht hoch? Oh, Mann! Der Dete ist nicht echt. RIPA ist der Dete. RIPA ist der Dete. RIPA ist der Dete. Was laberst du für ein Scheiß? Natürlich. Ingeniein liegt hier tot rum, war Dete. Der Dete, äh, der RIPA war grad auf dem Dach. Plötzlich war als Dete da. Der Dete ist tot. Der Dete ist tot. Guck, ich hab den Dete. Der läuft da rum. Der RIPA ist tot. Ja, genau. Nein, RIPA ist nicht tot. Aber RIPA ist Dete. RIPA ist Dete. Unbedingt abschießen. Ne, geil. Boah! Alter! Wo kam die jetzt? Wo kam die jetzt? Oh nein. Einer als zweiter tot. Keiner nicht. Von wo kam die? Von wo kam die? Keine Ahnung. Da oben auf dem Turm! Nein, 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 das bin ich, das bin ich, das bin ich. Ich stalk die. Achso, 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 okay. Boah. Guck nur von wo jetzt die, die, die Ding kamen. Die, die, die nächstes nochmal. Ja. Ja. Was? Normalerweise ist es dein Ding, Headcrabs. Ich hab ne Golden Eagle vom Dete gefunden. Ja, ja. Dann schieß mal damit auf dich. Warte, warte, ich heize mir den Hals. Bei No Ballroom in Hague funktioniert es. Boah. Könnt ihr da vorne gleich aufdecken, wer geschoben ist am Headcrap Launcher? Ja. Ja. Die ist grad daneben. Steckt immer auf. Und dein daneben ist auch, äh, auch, äh, der Refighter. Oh, mein Aim, alter, göttlich. Auf wen schießt du denn? Ich hab auf die Headcrap geschossen. Äh, Leute. Da ist der Ingeil. Pötet ihn doch, pötet ihn doch, das ist nicht der echte Dete. Freak. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh denn? Hast du nen Dete? Okay, das war auf jeden Fall ein Traitor. Ja, das dachte ich doch. Ja gut, dann gibt's ja nur noch die Möglichkeit, Flori ist ja grad gestorben oder lebst du noch? Flori? Es ist Freak. Gibt's nur noch die Möglichkeit zwischen Freak und Cyborg. Es ist Freak, weil ich, ich hab ja gar nicht genau gesehen, wie Reapers sich zum Dete verwandelt hat, deswegen. Und er hat nicht geschossen. Und er zieht ihn weg. Und er zieht ihn weg. Er zieht ihn weg. Ja, du kommst runtergeklettert. Ja, du kommst runtergeklettert, was soll ich denn hier überhanden? Ablenken. Ablenken. Ja, aber ablenken. Ja, was soll ich denn machen? Lass mich in Ruhe. Oh Mann, Alter. Wieso ist da Tom so hoch, Mann? Oh. Stunden spät. Ripper lebt wieder. Ripper lebt wieder. Ja, was habt ihr denn erwartet? Das war mir schon klar. Das war mir schon klar. Ja, das wieder low life. Das wieder erwähne ich den. Wo? Hat er wenig Leben. Weißt da hinten? Freak hat sehr wenig Leben. Badly wounded. Ja, Freak. Er ist unter dem Baum. Er ist unter dem Baumhaus da. Darunter ist er. Nein! Oh Gott. Wunderschön, Red. Wow! Fabin! Nice. Sehr schön, sehr schön. Alter! In meiner Nähe. Äh, äh. Weak. Diesen Namen, Alter. Boah, hab ich mich erschrocken, ey. Nein! Sehr schön! Nicht so, nicht so mein Junge. Sky Raid, ich hab dich ja noch mitgenommen. Ja, ne. Äh, Reaper hat mich glaube ich erschrocken noch, oder? Nein, nein, nein. Das war ein Mähtüber. Ahhhh! Die hat mir genau das gebracht, was ich brauchte. Ich brauch den scheiß Radar. Letzte Runde. Letzte Runde schon? Oh je. Oh, 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 oh. Die Runden gingen ganz schön lange heute immer. Ja. Natürlich. Boah, was so ne Map das ist. Oh, zum Glück hab ich Reaper noch wegbekommen, ey. Das war das einzige, was mir noch blieb. Okay. Aber leider konnte ich nichts mehr weißen. Scheiß. Zum Abschied. Aber, Fabin, was hast du mir da hingeworfen, bitte? Was wirst du mir da scheiß Pist? Was sag ich denn da lang? Ja. Soll ich mich entwaffnen? Das macht doch auch keinen Sinn. Weil ich dachte, ich teile. Ich würde mich zu oder irgendwas da hinschmeißen können, und dann schnell hätt ich dir ne andere Waffe besorgt. Rauslaufen, mich geopfert, oder so. Ich hatte ne Galil, die fast leer war. Oh Mann, ey. Ey, und ich sehe nur, wie er mit Reaper wegläuft, und ich musste tatlos zusehen und konnte nix machen. Oh, ich bin Dete. Oh nein. Willst du sterben, Freak? Dann kannst du auf mich ne Golden Eagle einsetzen. Inhalt, verpiss dich! Ah! Ah! Dir vertraue ich nie wieder! Ah, der Maker kann uns hören. Und der ist auch da. Ja, ja. Muss mich aber noch ganz kurz stumm stellen. Inhalt? Ja? Bleib mal stehen. Warum? Golden Eagle. Inhalt! Hab ihn! Boah! Das war wahr! Wo? Wer hat er geschossen? Zyrex! Zyrex! Ne, 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 ich hab nur ne Glocke! Ich hab nicht mal geschossen! Ich hab nicht mal geschossen! Ich hab nicht mal geschossen! Hi, ne, ney. Das war.. Was war denn das? Ne, dass ist so verrückt? Das war einfach hein! Egys war da durch. Echt so langweilig. Wer war das jetzt? F komm! Mir ist derjenige, der im Baumhaus ist, auf jeden Fall. Ja, was ist mit mir? Was ist mit mir? Ich glaub, jemand geht grad die Treppen runter. Ja, nein, hoch. Ja, hochgang. Was ist mit mir? Ich hab nicht mal deinen Namen gesagt. Ja, ich weiß, aber ich bin hier grad hochgang. Was ist mit mir? Hey, hast du Blut an deinen Händen? Nö. Ach, der Cyberbot, Hallöchen, ja sicher. Ach, ich lege, ich lege, ich lege. Ja, ich hab grad FPS-Einbrüche. Ja, ich auch. Ich lege grad nicht. Ich nehme grad mit 12 FPS auf, also meine Zuschauer, tut mir echt leid. Ich hab 30. Ich schilm mich zu, Cyberbot. Da ist der Fluri. Äh, Reaper. Wer lebt jetzt? Ja. Ich bin noch am Leben. Ich dachte, ich dachte schon grade eben, hä, ist, äh, ist, äh, Raid vielleicht Reaper, weil Reaper tot ist. Also es ist so leicht, wie ich im Ingehalt die Identität klaue, kann man's mir nicht. Ja, es sei denn, du bist tot. Wo, 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 wo? Ich hab grad Cyberbot gesehen. Ich bin auch die Welt gefallen. Ich bin auch die Welt gefallen. Okay, Cyberbot war's anscheinend jetzt hier oben. Ich bin da aber wirklich nicht. Da ist der Fluri. Nö, du bist überhaupt nicht. Du hast mich grad eben grundlos beschuldigt. Ja, sorry, von der Richtung kam der Schuss. Und du kannst von der Richtung. Ja, ich hab's von hinten gehört. Also von oben, weiter oben. Ich bin grad die Lian runtergefallen. Oh je, Reaper mit seiner Diegel. Ich hab auch ne Golden Diegel. Auch noch oben drauf, scheiß die Wand. Ja, ich bin die Lian runtergefallen. Mach mal einen auf Tarzan. Ja, da sind die Mal. Oh, hey. Ok, Raid war's nicht. Oh, Raid war's nicht. Cyberbot, Cyberbot, der Wettbewerb. Cyberbot ist ja keiner einzig sein. Wo, von wo. Oben irgendwo, glaub ich. Ich guck grad, ich guck grad. Oh, Maus ist nichts. Oh, Schüssel. Whoa! Wer schießt hier vorbei? Hey! Raid! JAAA! Was?! Mit 28 live! Drei Traitor? Das wär mies! Tschüss!